Achso, ja, brauche ich doch nicht hier lang. Ich muss jedes Mal, wenn ich hier dran vorbei war, Ich kann das eine Bild denken. Jeder, der GTA spielt, weiß, wo er hinwollt. Ja, ich würde gerne wissen, wo er hinwollt. Das Video, was ich gerade mache, wird aber auch lustig. Du schwebst und so. Das müsste auch geil gewesen sein, wenn ich mich mal angetickt habe. Hm? 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 Komm, Autos verschwinden. Ich bin wieder, ey. Haha. Wir holen nicht mal. Ich bin die Sonne. Sie disent déjà tuya! Ja, mehr Blödsinn, ey. Jetzt bin ich auch gut geschlagen, eindeutig. orasPod. Das ist so gut. Boah. Das war so cool. ich denke an der was los hast du nicht gesehen oder bei mir sprachst du nur irgendwie aber ich glaube jetzt sind bei mir auch autos die bei dir nicht sind und andersrum du bist jetzt zum beispiel geradeaus darunter gesprungen zu diesen türmen bei mir jetzt bist du wieder auf der straße du mir mein gefallen mach mal bleib mal stehen und dann macht man im kreis zum burnout einfach immer weitermachen einfach mal kreis ganzer kreis jetzt schickte ein auto und ich komme nicht weiter ja ja ist nur um spacken ja ok das ist ganz spannend ha 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 ich hatte jetzt seitenwitten oder was Alter, ich lenke, dann schwenkt der Wagen, oh guck mal ey, also nicht sich, das war so, dass die Lager wieder aufzieht, so, ja was heißt nicht sich, hab ich auch ein bisschen gesehen, aber krass, das war ganz komisch ey, als wäre da so ein Wind.